Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Lasst auf jeden Fall für diese zwei Titelfights-Ankündigungen einen Daumen nach oben bei YouTube da oder gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Denn die UFC hat zwei Titelkämpfe angekündigt. Wir haben zum einen Valentina Shevchenko vs. Jessica Andrasch bei UFC 261 am 24. April. Und das ist wirklich ein spannender Fight. Ich meine, klar, wir kennen Valentina Shevchenko. Leute, sind wir mal ehrlich, hatte sie in letzter Zeit irgendeine größere Competition, irgendeine größere Herausforderung? Ich denke nicht. Diese Gewichtsklasse, das Frauenfliegengewicht gehört Valentina Shevchenko. Jetzt will es aber Jessica Andrasch wissen. Jessica Andrasch war selbst Championess, hat damals gegen Thurk Rose ihren Gürtel gewonnen. Und sah auch im Rematch gegen Rose-Name-Yunis gar nicht mal so übel aus. Wir erinnern uns mal an diesen Fight, Rose vs. Andrasch 2. Da sah über die Zeit hinweg Jessica Andrasch besser aus. Klar, zu Beginn an hat dieser Kampf Thurk Rose gehört. Gar keine Frage. Aber je länger der Kampf ging, desto stärker wurde Andrasch. Dann hatte sie zuletzt gegen Katrin Chukagian gekämpft und hat gewonnen. Das heißt, Andrasch darf man nicht abschreiben. Vielleicht erinnern sich einige an den letzten Fight von Valentina Shevchenko. Das war der Kampf gegen Jennifer Meyer. Da wurde gerne mal ein bisschen übertrieben, wie gut Jennifer Meyer tatsächlich war. Jennifer Meyer hat da eine Runde, meine ich, gewonnen von den insgesamt fünf. Und es kam gleich so rüber, als hätte man hier davon gesprochen, dass die Blaupause gezeigt worden ist, wie man Shevchenko besiegen kann. Denke ich nicht. Ich denke, Jessica Andrasch wird hier natürlich auch über ihre physische, starke Kraft gehen, aber auch sehr viel Druck machen. Dann haben wir noch einen Titelfight, ebenfalls im Flyweight und auf diesen Titelkampf freue ich mich sehr. UFC 263 im Juni erst, aber jetzt schon angekündigt. Davison, Figueredo vs. Brent Moreno 2. Ich sag's euch, das war 2020, der Kampf des Jahres. Im Dezember haben die beiden sich eine Fünf-Runden-Schlacht geliefert. Figueredo vs. Moreno war ein so genialer Fight. Figueredo, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer in der UFC mittlerweile. Wahnsinnig stark performt. Und Moreno auch überraschend stark performt. Die beiden treffen jetzt im Juni nochmal aufeinander und liefern sich die Schlacht, den Rückkampf, vielleicht sogar den Rückkampf des Jahres. Das bleibt abzuwarten. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch auch mal in das Wochenende. Samstag auf Sonntag gibt's Rosenstruck vs. Garn nicht verpassen. Link für einen Gratis-Monat. Beide Sonen gibt's bei uns bei WeLoveMMA, bei Instagram. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.